Die Prozessdarstellung ist eine Technik, die sehr oft bei verschiedensten Arten von Projekten in Unternehmen Anwendung findet. Wenn Sie die Kunst der Prozessdarstellung anhand eines umfassenden Online-Schulungsmoduls entwickeln möchten, dann besuchen Sie unsere Internetseite unter processmappingproducts.com. Dieses Einführungsmodul richtet sich an jene Personen, die geschäftlich, als Studenten oder privat tätig sind und an der Darstellung von Prozessen für Projekte sowie an der Weiterbildung ihrer akademischen, persönlichen oder beruflichen Fähigkeiten interessiert sind. Die Ansicht des Moduls ist sehr erschwinglich und umfasst eine leicht zu befolgende 3-Phasen- und 14-Stufen-Methode sowie praktische Hinweise zur Anwendung von Microsoft Visio.